Ich finde Rebekka ist eine sehr nette aufgeschlossene Frau. Wir haben schon zusammen gekocht. Sie ist auch neben ihrem beruflichen politischen Engagement eine sehr gute Köchin und eine liebenswertige Frau. Ich finde, dass sie sich für ihr politisches Engagement sehr gut und vielseitig engagiert. Das, was auch zu ihrem Parlament gehört. Ich finde gut, was sie alles so macht. Sie ist eine starke Frau, sie ist menschlich geblieben, auch als Politikerin. Man wünscht sich eigentlich von vielen Politikern und Politikerinnen, dass sie auch so sind für Rebekka. Aufgeschlossen, hilfsbereit und immer nett und freundlich und immer ein Ohr für alle Sorgen haben. Ich kann nur sagen, dass die Frau Rebekka Harms eine sehr sympathische Frau ist, sie ist immer und eine sehr gute Frau ist, sie ist eine sehr amiche Frau. Ich hoffe, dass sie eine sehr gute Frau ist, sie ist.